Ich plane gerade meinen nächsten Urlaub, ey. Ja. Da vorne, das ist der Unterhosenposten, der nennt sich so. Die Rennwagen kommen auf dich zu, da war noch kein Gitter. Bis vor zwei Monaten war noch kein Gitter. Kommen die Rennwagen auf dich zu, was machst du? Du scheißt in die Hose. Und das kommt zwei-, dreimal am Tag vor, also zwei-, drei Unterhosen. Musst du wirklich mitnehmen, ist so. Weil es ist, ist einfach so. Der heißt auch so. Jetzt heben wir mit dem Bus ein bisschen ab. Ist einer neben dir? Dann zieh nach links und Power. Nach links und links bleiben bitte. Nicht wieder gut zurückziehen. Ja, dann lass den fahren, fahr rechts. Das bringt das nichts, wir wollen das nicht riskieren. Ich will das nicht riskieren. Normalerweise heben wir mit dem Bus hier ab, ein Meter, ein bis zwei Meter. Die Passage wird gefahren, vierter Gang Speed. 205 Stundenkilometer. 205 Stundenkilometer. Dann klappt das gar nicht so. Speed, ziehst du die Kiste hoch, hier raus noch. Und dann hast du hier schon, hier haust du schon fünft rein. Fünfter Speed. Hast du einen neben dir? Ist jemand neben dir? Ein. Gut. Power. Sechster Gang und hau zu. Schmeiß ihn direkt die Scheiße. Schmeiß ihn rein. Los. Gib Gas. Schmeiß ihn rein. Schmeiß ihn rein. Schön am Lenkrad. Schön am Lenkrad. Einfach geradeaus fahren jetzt. Jetzt nur noch geradeaus fahren. Da kann dir nichts passieren. Nur geradeaus fahren bitte. Und Power. Los. Hau den Spiegel. Lass ihn nicht vorbei dem Scheiß. Was soll sich jeder abstehen? Ich will ihm helfen. Im Rennen macht man das immer so. Da muss man immer gucken. Du kannst nicht immer nur ausweichen. Du musst immer gegenhalten. Bye.